Herzlich Willkommen zur täglichen Dosis Trash. Holt schon mal das Popcorn raus, es wird wieder trashig. Heute geht es um Stefan Raab. Sein Comeback ist jetzt einige Wochen schon her und läuft ja mehr oder weniger eigentlich auch noch, weil lange ist er noch nicht zurück. Denn auch kann man sagen, nach den ersten Quotenerfolgen und dem Boxkampf gegen Regina Halmisch, den er zum dritten Mal verloren hat und sehr epochal das Ganze im Fernsehen auch erfolgreich war, muss man sagen, gibt es eine Quotenklatsche nach der anderen. Nächste Quotenklatsche für Stefan Raab und ich wollte das Video heute nutzen, um euch auch zu erklären, warum Stefan Raab so wie jetzt nicht mehr funktioniert und warum er ein wenig aus der Zeit gefallen ist. Und wir müssen dafür so ein bisschen zurückspulen. Er hatte so seinen großen Hype in den 2000er Jahren und da war TV Total, als ich auch noch zur Oberschule ging, eigentlich immer so ein Quotengarant, aber auch so ein Thema, worüber man am nächsten Tag in der Schule gesprochen hat. Und das ist immer schon ein gutes Zeichen. Wenn die Jugend einen irgendwie feiert und die Leute sagen, Mensch, das ist geil und das ist witzig und das ist unterhaltsam. Und wir müssen dafür auch notieren, dass natürlich in den 2000er Jahren die sozialen Netzwerke, so wie sie jetzt existieren, noch nicht existiert haben. Klar gab es schon Foren und es gab schon Chatmöglichkeiten. Und Facebook kam dann auch irgendwann, wo er dann mehr oder weniger schon aufgehört hat. Aber Instagram, Twitter oder auch Facebook waren auch nicht ganz so riesig wie jetzt, beziehungsweise sie gab es noch nicht. Die sozialen Netzwerke, die YouTube-Kanäle und Co., die massige Konkurrenz, das gab es damals noch nicht. TV Total war Montagabend für viele ein Stück Heimat, ein Stück, ich komme nach Hause und gucke mir was an. Mittlerweile hat man dutzende Möglichkeiten, Dinge zu streamen. Ja, man kann im Prinzip sämtliche Filme und Serien einfach zu Hause sich reinziehen oder auf YouTube irgendeinen YouTube-Kanal wie Meinen sich anschauen oder viele andere. Und die Konkurrenz gab es damals noch nicht. In dem Maß, es gab das Fernsehen und dann gab es verschiedene Sendungen. Und wenn man noch kein YouTube und die ganzen Social-Media-Kanäle kannte, diese ganzen Ablenkungsmöglichkeiten, dann war klar, dass eigentlich am Montag dann Stefan Raab läuft. Der Erfolg nahm ja dann, wenn man von den Live-Shows auch mal absieht, auch zum Ende ab. Also er hat wirklich rechtzeitig auch gesagt, jetzt ist Game over. Es gab immer öfter dann auch Sendungen, die ausfielen oder wo dann ja auch ProSieben gesagt hat, nee, heute kein TV Total, heute senden wir einen Film. Und statt viermal in der Woche, was dann auch so ein Overload der Sendung war, wurde die Sendung dann zum Schluss auch immer weniger. Und die Quoten waren auch nicht mehr dieselben. Und man hat dort schon gemerkt, dass die Leute so langsam die Schnauze voll hatten. Fakt ist, die Sendung TV Total war grandios in vielen Punkten. Hat auch ein Stück weit die Meme-Kultur im Internet begonnen. Es wurde ja dort quasi schon angefangen, ja, es hat nur Maschendrahtzaunen. Ich habe neulich ein Posting auf Instagram, wenn ihr mir da folgt, folgt mir gerne, da wünsche YouTube, heiße ich dort. Ein Meme geteilt von der Zittlau, der Dame mit den Maschendrahtzaunen. Und wenn man die sieht, dann hat man sofort die Stimme, ja, dieses leicht Neselnde von ihr im Kopf. Ich blende hier auch nochmal ein Bild von ihr ein. Und das war ein riesiger Hit. Ja, ich habe damals sogar, das muss ich zu meiner Schande gestehen, die CD, ich habe nicht nur das geschenkt, aber die CD, da war ich auch noch nicht alt, ja, zwölf oder keine Ahnung, wie alt ich da war. Meiner Mutter zu Weihnachten geschenkt, ich habe noch andere Sachen geschenkt, aber wo ich auch gesagt habe, also das war halt, ja, damals die Zeit, oh Gott. Ich schäme mich immer noch. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, war ich auch einer, der die CD da so gekauft hat. Das war ja sein auch einziger Nummer-Eins-Hit. Und dennoch muss man aussagen, so ganz toll war das für die Frau nicht. Ja, sie hat zwar einen freiwilligen Betrag von Stefan Raab von 10 Pfennig pro CD bekommen, ja. So eine CD hat damals auch schon fünf Mark gekostet, also sie hätte auch eine Mark geben können, dann wäre sie zumindest fast Millionärin geworden, denn die CD hat sich wohl bis zu einer Million Mal verkauft. Also 800.000 steht bei Wikipedia, also das ist ja mal plus minus, das sind ja nur die Gold-Auszeichnungen, da werden wahrscheinlich noch ein paar mehr sich verkauft, damals so Richtung 900.000. Könnte das locker gegangen sein im deutschsprachigen Raum und wenn dann vielleicht noch in Belgien und Co. und Niederlanden, wo auch so Songs dann hier und da noch verkauft werden oder Polen, Dänemark, Tschechien, unsere ganzen Nachbarländer, die auch hier und da die CDs kaufen, dann könnte das schon Richtung Millionen gegangen sein. Und dann hätte er auch mal einen Euro ihr geben können, ja, sagen wir mal so. Fakt ist, sie war da nicht so glücklich im Nachhinein drüber, um es freundlich auszudrücken und da waren auch viele andere nicht glücklich und da muss man auch so ein Schema bei Stadthorne Raab sehen, dass er öfters nach unten getreten hat. Also er hat jetzt nicht nur irgendwelche No-Names zu Stars über Nacht gemacht, ja, wie die Oehler Palömer Boys oder halt die Frau Zittlau, sondern auch, ja, den Puller von Dubinsky, ja, ein Mann, der Moderator war, wo innerhalb von, weiß ich nicht, ein, zwei Sekunden der Schniepi von dem Mann zu sehen war und dann, ja, gab es den Puller-Alarm, vielleicht könnt ihr euch noch dran erinnern. Und das war natürlich eine absolut peinliche Geschichte für den Moderator. Und ob das jetzt immer so geil ist, ja, sich immer wieder irgendwelche Leute rauszusuchen, die man lustig findet, um daraus dann Content zu machen, auf der einen Seite ist es unterhaltsam gewesen, auf der anderen Seite war es damals schon teilweise grenzwertig. Wir haben alle drüber gelacht herzlich, aber das funktioniert heute in dem Maße nicht mehr. Ja, wenn er jetzt zum Beispiel sich über Politiker lustig macht oder irgendwelche Leute, die in der Öffentlichkeit stehen auf Augenhöhe, dann finde ich das immer noch was anderes, wenn man das heutzutage macht, dann würde ich noch sagen, okay, der traut sich zumindest mal, ja, irgendeinen Politiker zu kritisieren oder, ja, mit seiner Reichweite vielleicht auch mal Leute zu kritisieren, die auf, ja, seinem Level agieren. Aber wenn man nach unten tritt und, ja, Fernsehausschnitte sich sucht von, ja, mehr oder weniger erfolgreichen Moderatoren oder von irgendwelchen No-Names, die beim MDR irgendwie über ihren Maschendrahtzauren sprechen, ja, und das dann lustig findet, dann ist das für viele unterhaltsam, aber heutzutage denken dann schon mehr drüber nach, beziehungsweise gibt es jetzt für jeden die Möglichkeit, seine Meinung zu äußern. Das gab es damals noch nicht, da hat es auch schon massig Kritik gegeben gegen Stefan Raab. Viele mochten den überhaupt nicht, aber die hatten alle nicht die Möglichkeit, auf Twitter Hashtag Stefan Raab zu schreiben und tausende von Likes zu generieren für Gleichgesinnte, ja, oder auf TikTok, YouTube, Instagram, Facebook und Co. viral zu gehen, indem man Stefan Raab kritisiert. Und ich glaube, das hat er unterschätzt. Denn das, was jetzt in den letzten Jahren passiert ist während seiner Pause, ist, dass die ganzen sozialen Netzwerke explodiert sind, viele sich Reichweiten aufgebaut haben, die Kritik noch nie so leicht zu äußern war wie heutzutage. Und jeder seine Meinung rausposaunen kann und teilweise auch sehr fies werden kann. Und wenn man dann sich gezielt als Stefan Raab weiterhin, ja, nach altbewährtem Konzept Leute aussucht, die vielleicht, ja, ganz einfache Leute sind, die es sowieso schon nicht so leicht haben, ja, wie diese ganzen Memes, die da entstanden sind, diese ganzen Knöpfe, ja, wo man auszahlt, okay, das sind schon teilweise wirklich die ärmsten Säue. Und wenn die dann noch im TV dann sich zeigen, okay, müssen sie vielleicht auch mit rechnen, dass man sich über sie lustig macht, aber reicht jetzt nicht nur die Millionenreichweite von der Brit, wo es damals lief, nein, oder von Vera am Mittag, nein, es wurde ja bei Stefan Raab noch größer gemacht. Und ob das heutzutage jetzt noch so funktioniert, aufgrund der ganzen Kritik, das wage ich zu bezweifeln. Und ich glaube, es gibt jetzt viel mehr Leute, die das Ganze auch hinterfragen. Die Leute sind auch erwachsen geworden. Früher mit 12, 13 fand ich das auch super witzig, mit Buller-Alarm und hier, ach Mensch, und keine Ahnung, bei jedem, der sich da lustig gemacht hat, da hat man das gar nicht hinterfragt. Heutzutage sagt man dann schon, okay, ist das jetzt so korrekt, wenn man Millionen CDs auf Kosten von einer Frau verkauft und den Marschendrahtzahn-Zong rausbringt und ihr noch nicht mal einen Euro abgibt und sie mit 10 Pfennig abspeist, was 5 Cent sind. Also klar hat sie damit auch ein paar Euro gemacht, aber nach der Steuer sind das noch ein paar 10.000 Euro. Wenn man überlegt, dass er wahrscheinlich Millionen damit gemacht hat mit dem Song, dann ist das schon ziemlich krass. Abgesehen davon von der GEMA, wenn der Song immer mal wieder gespielt wird, verdient man ja da eigentlich auch noch Passivgeld. Also wird der wahrscheinlich wirklich mehrere Millionen damit verdient haben, da bin ich relativ sicher. Und ja, ob das jetzt so der richtige Schritt ist, wenn man sich auch teilweise jetzt nur dieses Foto, was ich auch für das Thumbnail ausgesucht habe, hier noch mal anschaut, dann muss man sich halt auch fragen, ist das heutzutage noch witzig? Früher haben wir über die Lippen von der einen Promi-Tochter, die er da aufs Korn genommen hat, die eine der ersten Damen war, die sich die Lippen da so aufspritzen hat lassen, wo er sich die Würstchen dann gemacht hat, da haben wir alle so ein bisschen drüber gelacht. Und jetzt muss man sich auch die Frage stellen, würde man heutzutage noch über so einen relativ billigen Scherz lachen? Also das ist halt die Frage. Und ich glaube, das ist zu sehr aus der Zeit geraten. So ein wöchentliches oder vielleicht sogar tägliches Format funktioniert so im Fernsehen, auch wenn es gestreamt werden kann, nicht mehr so wie zum Beispiel eine Live-Sendung. Das, was im TV, was die TV-Leute auch lernen müssen, was gut funktioniert, sind Live-Shows. Das Dschungelcamp zum Beispiel. Da weiß man, okay, man muss das Dschungelcamp live gucken, um das mitzubekommen. Klar kann man sich das auch immer noch auf RTL Plus danach anschauen und damit wird natürlich auch noch Geld generiert für die Sender. Aber die Quote ist dort halt hoch, weil die Leute wissen, okay, ich muss das live angucken, sonst ist es nicht mehr das Gleiche. Sonst wäre ich ja überall gespoilert heutzutage. Und das ist seine Chance. Seine Schlag-den-Rab-Sendung live zu haben auf RTL würde auch wieder funktionieren. Mit richtigen Star-Gästen, mit Leuten, die dort singen, ähnlich wie bei ProSieben, das wird auch wieder ein Millionenschlager. Aber das, was er jetzt dann macht, so ein TV-Total-Abklatsch, beziehungsweise so ein Mix aus allem, ist von der Idee gar nicht schlecht, aber es funktioniert, glaube ich, in dem Maße nicht mehr so, wie er sich das wünschen würde. Und das hat halt, wie gesagt, besagte Gründe, dass es halt aus der Zeit gefallen ist und sich einiges seit 2000, ja, schon verändert hat. Und er hat ja auch gemerkt, wenn es keine Live-Shows waren, die er zuhauf dutzendfach super gemacht hat, war es dann teilweise wirklich schon recht unerfolgreich bei TV-Total zum Schluss. Und teilweise auch so, dass ProSieben dann schon gesagt hat, Mensch, Stefan, mach mal eine Woche Urlaub. Nun gut, das soll es heute gewesen sein. Lass gerne ein kostenloses Abo da. Was sagt ihr? Ist das Raab-Comeback gescheitert? Oder sagt ihr, nee, das kommt noch? Ich würde sagen, ihr habt die Chance, wenn ihr Live-Sendungen macht, aber der Rest funktioniert heutzutage, glaube ich, nicht mehr. Bis dann und tschau, tschau.